Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Für alle, die mich nicht kennen, was hier jetzt wahrscheinlich die meisten sind. Mein Name ist Alex. Ihr findet mich auf Instagram unter itz.alex. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Dort zeige ich noch viel mehr coole Haartutorials, aber ich habe mir überlegt, hier auch auf YouTube ein paar zu veröffentlichen, weil ich einfach ein bisschen mehr Zeit habe und die Frisur ein bisschen langsamer zeigen kann, sodass ihr besser folgen könnt. Ich hoffe, ihr freut euch und viel Spaß mit der ersten Frisur. Also, liked und abonniert das Video unbedingt, folgt meinem Kanal, drückt die Glocke, was alles geht. Ich würde mich sehr über eure Support freuen und dann könnt ihr euch hier auch bald auf mehr coole Frisur-Videos und vielleicht auch noch andere Videos freuen. Okay, Leute, hier passiert jetzt die Magie. Am besten kämmt ihr eure Haare sehr gut durch davor, dann sehen alle Looks einfach ein bisschen sauberer aus. Dann nehme ich zwei Strähnen, einmal rechts, einmal links und nehme die hinten mit einem ganz kleinen Haargummi zusammen. Ich nehme da immer so kleine Transparente, aber ihr könnt auch was anderes nehmen. Dann greift man so schräg durch die Strähnen und zieht das komplette Resthaar einmal durch und schon ist eigentlich der Look fertig. Und ich finde, das sieht mega nice aus mit einem Twist und ist so einfach und dauert nur zwei Minuten. Die Frisur ist wirklich super schnell einfach. Ihr könnt dann vorne die Ponysträhnen noch rausholen oder das ganze Style, wie es euch am besten gefällt. Etwas straffer, etwas lockerer und ja, ich hoffe, das Video gefällt euch. Lasst mir ein Abo da, ich freue mich auf euer Feedback und hoffentlich bis bald!